Immer wenn wir mit den Eseln wandern, fühle ich mich wie in einer anderen Welt. Ich fand es einfach schön, mit den Eseln so zu laufen und die zu führen. Ich war erstaunt, wie bockige Esel manchmal sein können. Die weiten Strecken waren anstrengend, aber ich bin sehr stolz, dass ich es geschafft habe. Und ich fand es auch einfach insgesamt toller, zum Beispiel als wir dann hingekommen sind, dass dann die Esel total motiviert waren. Die waren eigentlich immer von der Tat und Rangwort direkt los. Sie sind so süß, dass sie mich verzaubert haben. Ich war so stolz, dass ich Emilio über die Brücke führen konnte, ohne dass er irgendwie Angst hatte, weil er Angst vor Wasser hatte. Eigentlich mit den Eseln wurde ich auch nie müde. Das hat einfach Spaß gemacht mit den Eseln und mit Freunden. Es war schön herauszufinden, was es wirklich bedeutet, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Das war ein tolles Projekt mit den Eseln. Eseln und Eseln und Eseln und Eseln.